hallo zusammen freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen collectors video in dem wir uns heute die zweite von insgesamt drei booster tins aus der wifa euro 2024 magitex kollektion von tops anschauen wollen und das ist die mini tin mit den shining stars ihr kennt wenn ihr das erste video zu diesen mini tins schon gesehen habt in jeder dieser mini tins finden sich 28 karten und dazu gibt es dann drei exklusive limited edition cards die man nur in der jeweiligen mini tin findet in diesem fall sind es dann die eben schon erwähnten shining star limited edition karten wir schauen uns die tin mal eben schnell von allen seiten an der vollständigkeit habe auf der rückseite finden wir den preis mit 9,99 euro zur wahrscheinlichkeit der velic karten die man auch aus diesen tins ziehen kann hier oben sehen wir sie die centurion rally cards macht jobs auf diese tin selbst keine angaben aber ich glaube im starter pack stand irgendwas von 1 zu 28 mini tins zumindest irgendwo so in dem bereich wird das auf jeden fall liegen es braucht also ein bisschen glück wir versuchen unseres an dieser zweiten mini tin die als hauptfarbe diesen blauen farbton bekommen hat mit dem final stadion dem berliner olympi im hintergrund und den ansonsten für diese europameisterschaft typischen farbmustern und nachdem wir das gesehen haben können wir jetzt auch mal ins innere schauen und finden dort zwei vorgefertigte päckchen was in dem fall wohl dann auch bedeutet dass wir auch in dieser mini tin leider keine welche card finden werden dafür hoffe ich aber auch ein paar andere schöne karten aus dieser kollektion wir schauen rein und starten mit der base karte von johatzka aus tschechien dann folgt ich hier schaldau aus rumänien alexander bar für dänemark kaleschi für albanien matteo kovacic kroatien tupravka für die slowakei frank de jong für die niederlande fabian scher für die schweiz xaver schlager österreich dann müssen wir einmal umdrehen um potores aus spanien zu sehen wir finden elsnik aus slowenien den dikes für schottland müssen nochmal drehen um dann julian brandt für das deutsche team zu sehen dann haben wir charlotte ketteler für das team der belgier dusan flauvić für serbien attila schorleu für ungarn und dann kommen wir zu den special karten beginnend mit der emerald parallel der captains karte von andy robertson aus schottland dann aber eine ultimate eleven im päckchen und die zeit uns pepe aus dem team der portugiesen gefolgt von der purple parallel der graduated gem karte von warren saire emmerie aus dem team der franzosen dann haben wir eine umgedrehte karte und das ist normalerweise immer das zeichen für eine legende wir schauen nach und es ist tatsächlich so wir finden jan luigi buffon aus dem team der italiener und auch er leider mit dem typischen problem der minitins hier die ecke eingedellt hier die ecke eingedellt ihr seht schon wenn ihr einwandfreie karten haben möchtet dann diese minitin sicherlich nicht das produkt der ersten wahl dann haben wir die hero karte von jamal musiala für das deutsche team die centurion karte von shakiri für die schweiz eine captains karte von der slowakei mit milan scrinia weitere hero karte bernardo silva für portugal noch eine captains karte andy robertson für schottland eine golden ghost gonger vom italienischen team mit giro immobile und noch eine captains karte mit jan oplak aus slowenien sowie zum abschluss noch eine crystal parallel mit sandy lovritsch aus dem team der slowen ups da rutschen wir schon die untersten base karten weg so wir schauen uns das päckchen mit den limited edition karten an die man nur in dieser mini bzw booster finden kann zunächst haben wir aber ein appcode für euch und da sind sie diese wunderschönen shining star limited edition karts beginnend mit josko guardiol für das team der kroaten dann nochmal als zweiter ist rafael leao im nationaltrikot von portugal und unsere dritte shining star karte ist die shining star limited edition mit petri aus dem team der spanier so das was zu befürchten war ist glücklicherweise nicht eingetreten nachdem die special karts alle schon mit deutscher macke aus dem großen pack kamen sind die limited edition karts aus dem kleinen pack zum glück unversehrt und haben keine größer sichtbaren dellen in den ecken das ist auf jeden fall das erfreuliste an dieser zweiten mini tin macht auf jeden fall lust auf mehr und ich bin schon gespannt auf die super striker limited edition karts die wir dann aus mini tin nummer 13 werden solltet ihr das nicht verpassen wollen sichert ihr euch am besten eins der kostenlosen kanal abos und bevor wir das video beschließen bin ich natürlich noch auf eure meinung zu den gezogenen karts aus dieser zweiten booster tin gespannt die packt jetzt einfach nach unten schnell ins kommentarfeld und danach drückt dann gerne auch nochmal auf den like button und lasst ein daumchen nach oben für dieses video da freue mich auf jeden fall über beides und natürlich euch dann auch zum nächsten video wieder begrüßen zu dürfen bis dann macht's gut tschüss